Was höre ich gerade? Ich höre unter anderem gerade, weil es immer wieder so geil live abgeht, Said, Labernich, richtig schöner Song, der eigentlich schon alles sagt. Des Weiteren gebe ich mir aktuell auch, weil meine Frau sehr feiert, K.I.Z. Hurra, die Welt geht unter. Oder Hurra, diese Welt geht unter, weil der Sänger an der Hook, dieser Henning May, oder Henning Mai heißt der, glaube ich, einfach eine unfassbare Stimme hat. Der ganze Song dadurch großartig funktioniert und es einfach Spaß macht, dem jungen Mann zuzuhören. Natürlich sind die K.I.Z. Jungs auch unfassbar großartig, aber die Hook überragt halt den Song. Oder macht ihn erst zu dem, was er ist. Und ansonsten noch ein Klassiker, den ich mir fast jeden Tag reinfahre, das ist Unstoppable von Santi Gold. Einfach eine großartige Künstlerin. Ich feiere den Style, ein bisschen M.I.A. orientiert, aber schön. Einfach nur schön, schöner Song, gebt euch den mal. Ich bin das letzte Einhorn. Oh, hier passieren gerade Dinge. Ey, das ist wie auf so einem Zombie-Camp oder von so einem Katastrophe-Film so am Ende.